Ja, willkommen zurück. Ich hab mir gerade nur einfach gedacht, ich mach mal den Gegner platt, bevor ich weitermache, weil so viel habt ihr jetzt auch nicht verpasst. Ich hab ne Menge eingesteckt und Lexus ist immer noch tot. Äh, nein, du nervst mich nicht. Äh, wo gehst du da unten hin? Ein Schatz. Eine Komasalbe. Ja, ich denke, damit könnte ich Lexus ausrüsten, aber da der momentan tot ist, momentan tot ist, wie ich das ausdrücke, äh. Sag mal, da war doch noch ne... Nein, ich hasse dich. Äh. Äh. Hm, Entschuldigung. Mann. Hier geht mir ganz schön auf den Geist. So. S주. Ach, einfach drauf. Komm schon, das muss reichen, ja, danke. So... Äh, ja... Oh nein, ähm... Ja, hier gab es auch irgendeinen... Das ist auch wieder ein Rätsel. Ich glaube, man muss da drüber laufen. Okay, war doch nicht so schwer wie gedacht. Lalalala... Sag bloß, das ist schon der Schlüssel. Es ist schon der Schlüssel. Ähm, aber jetzt fällt mir gerade eine andere Sache ein. Moment, Zauber... Wo haben wir denn Flucht? Ach, ich muss in einem Raum sein. Zack. Zauber. Flucht. Gut. Wenn ich nämlich hier wieder reingehe... Dann gab es doch da auch noch den linken Weg. Wo ging der denn hin? Ähm... Ja... Ja... Okay... Hier hin und... Wow... Ja... 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 Ah, da ist der Schalter. Aber ich greife auch zuerst an, deswegen... Irgendwie fehlt Lexis doch mit seinen blöden Attacken. Hm... Also hier ist tatsächlich nur eine Falle. Gut, dann war das ja intuitiv richtig. Ach genau. Ja natürlich, die sind schneller. Schneller sogar als Seeladen. Ach... Na gut, viel konnten die auch nicht mehr machen. Na gut, wir machen jetzt erstmal den Zauber... Flucht... Dann machen wir den Zauber... Warp... Und zwar nach... Arturia. Ja... In Arturia... Müssen wir zuerst mal jemanden wiederbeleben. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ach, nicht sichern. Will leben. Und zwar Lexis. Yep. Aber das Gute ist... Hihihi... Willkommen in meinem Zauberladen. Champion... Und... Champion... Und... Kann ich mir nicht mehr leisten. Ich habe die Frostfeel vergessen. So ein Mist. Naja gut, ich habe ja gesagt, dass ich irgendwann dann demnächst, ähm... So eine Art Trainings-Geld-Hole-Part mache, damit ich wieder mal ein bisschen Geld habe. Weil es geht mir auf dem Senkeln, mich nicht direkt komplett ausrüsten zu können. Das ist irgendwie... Da bin ich irgendwie sehr... Sehr komisch. Umgerüstet in den Kampf ist doch viel besser. So, aber ich habe da doch eine Rüstungsteile bekommen. So, die Kummer-Salb... Wow! Ja, die hat's gebracht. Jetzt muss nur wieder schauen, wie ich in diesem Turm... Zu dem Turm mit dem Schlüssel komme. Und ich flüchte, weil ich habe keine Lust. Abstand, wie es nicht klappt, ist es da so gut... Im Tisch. Und ich konnte vorher so vielшellen können. Also keine Zeit... Und Daily Day sind ja. In der letzten Woche dürfen wir schon am Ende dabei finden! Und ich habe recht gehabt. Gut. Tschöö Achso, ja Zack Entschuldigo Entschuldigung Sooo Und hoch Dann war es hier Achso Moment, hier rein Und einfach nur hier rüber, ne? Nein, doch nicht Jetzt aber Ha Ich hätte mich einen vorher umdrehen müssen Einen einzigen vorher Tja, so kann es gehen Messerwerfer, herzlichen Dank Ach Egal Äh, ja, natürlich Gui und Zauber Hm Und Angriff Und ... oh, 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 oh... Bitte nicht, Lexis, bitte nicht, ah, danke Bitte nicht, Lexis, bitte nicht, bitte nicht... Danke Ich hätte aber auch wirklich auf Heilen setzen müssen Na, wenigstens einer ist weg Und der andere auch ... So, nochmal Stunning Ah... So... Ich mag diese Kämpfe nicht, die sind irgendwie nervig Alle auf mein Kaps zieh Das darf ja wohl nicht wahr sein Hallo! Ist gut jetzt Na toll! Wow! Das hat's ja gebracht Jetzt einfach drauf Die sind schon gesch... Ey... Ich auch Oh! Oh nein! Das ist unfair Wir werden dich rächen Du bist ja eh gleich wieder da Trotzdem Oh, das ist... Oh, das ist... Oh, Mann! Ich mag das nicht Blö Nicht Ursprung Blöd wär ich grad noch So... Wie hab ich das jetzt wieder gemacht? Wie hab ich das jetzt wieder gemacht? Hm... So... Okay, das ist wirklich nicht allzu schwer Nein! Hier war der Schlüssel! Ach... Ich bin doof So... Lauf! Wir haben nicht mehr viel Zeit Boah... So... Jetzt kann ich dich aber stunnen Ghh... Runter! Und wieder! Blöde Hydra! Du wusstest, dass ich falsch lag, oder? So... 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 Wunderbar... Und hoch... Und runter... Und wir haben schon wieder nur eine Minute... Wunderbar... Und hoch... Und runter... Und runter... Und wir haben schon wieder nur eine Minute... Ja, dann machen wir hier einen Cut, das geht schneller Bis gleich